heute hier zu stehen liebe genossinnen und genossen erfüllt mein herz mit wärme das wetter wird langsam wieder besser die vögel zwitschern wir befinden uns nun endlich in der endphase einer pandemie die viel zu lange an uns allen gezerrt hat und auch wir griechen jetzt so langsam wieder aus unseren löchern in diesem sinne ist diese aktion der erinnerung eine der freude der freude des zusammenkommens die wir hier in der verbundenheit mit unseren vorkämpfern ausdrücken und ja ich bin mir sicher dass hier das hätten sie ebenso gewollt apropos vorkämpfenden wer waren diese genossinnen überhaupt kann mir einer von euch aus der hüfte einen namen aus der anachistischen bewegung vor dem zweiten weltkrieg nennen und du darfst nicht genau das ist auch der name über den ich euch heute berichten möchte denn unsere geschichte wird doch erst wirklich erlebbar wird doch erst wirklich erfahrbar wenn wir die einzelnen die hinter unserer geschichte stehen kennen und in dem sinne möchte ich euch auch kurz mitnehmen zu dem genossen karl börder karl börder war bergmann und anarchist er war großteil seines lebens in dortmund beheimatet er wurde am 15 dezember 1868 in neuwied in preußen geboren und 1908 wird der anarchist als jemand exemplar der Zeitung der freie arbeiter in die hände fällt das war damals die Zeitung der anarchistischen föderation deutschlands für mich die deutlich sympathischere AfD wenn ihr mich fragt seitdem wird er also vor allem in lütgendorpmund und weiteren städten bis zu seinem lebensende im sinne der anarchistischen bewegung bis zum ersten weltkrieg tut er dies vor allem innerhalb von gewerkschaftlicher organisierungen danach entwickelte er sich eher zu einem organisationskritischen geist ohne sich aber je von dem organisierten anarchismus gänzlich zu verabschieden börder ist jemand der beim streik der bergarbeiter in der ersten reihe steht und noch die lore im schacht umkippt und dem streik bemühungen nachdruck zu verleihen bis hin zum verdacht auf einen sprengstoff vergehen für das er auch einige monate einsetzen muss vor allem aber hält er reden organisiert veranstaltungsreihen schreibt artikel wobei man hier dazu sagen muss er hat so ein bisschen so geschrieben wie er gesprochen hat er musste mal drei vier mal drüber geguckt und redigiert werden damit man das überhaupt veröffentlichen konnte und er organisiert viele treffen und führt in diversen gruppen und versammlungen wichtige rollen aus betreibt anarchistische propaganda wo er geht und steht natürlich wird er auch im kontext der märzrevolution börder spielt hier eine wichtige rolle laut einer auflistung des spitzebüros kölpin war der reichswehr die die reichswehr zuarbeitete unterhält karl börder während des rohaufstands im märz 1920 ein werbebüro für die rote armee in seiner wohnung der borussia straße 72 in clay auch unter bekannt gewordene kampfleiter und abschnittskommandeure wird börder als abschnittskommandant aufgeführt er durchlebt und überlebt den ersten und den zweiten weltkrieg knast diverse repressionen gegen ihn und die strukturen wo er aktiv war sowie kz aufenthalte das alles kann ihn nicht brechen börder war ein mann der tat jemand von dem man heute sicherlich sagen würde dass er ein sogenanntes rohport original sei einem dem das herzen auf der zunge lag aber er war sicher auch kein unbeschriebenes blatt er war auch jemand der durchaus mal streit angezettelt hat und zeitweise offen gegen organisierten formen des anarchismus wetterte das und vieles mehr macht ihn allerdings auch interessant er ist eben nicht der idealtypische revolutionär welchen wir blind romatisieren können karl börder ist wie du und ich ein genosse auf dem man sich im kampf verlassen konnte der bereit war unendliche entbehrung für die befreiung auf sich zu nehmen zum abschluss möchte ich euch noch über sein lebensende berichten börder stirbt am ersten mai 1949 im alter von 81 jahren finde ein allzu passendes datum nach 45 war er einer der wenigen anarchistischen genossen die versucht haben den anarchismus in deutschland wieder aufzurichten so war sein letztes werk der aufbau einer anarchistischen jugendgruppe in dortmund dorstfeld wie mag das wohl ausgesehen haben eine jugendgruppe mit dem 80 jährigen börder als gestandenen kämpfer an ihrer seite leider ist von dieser gruppe nicht nicht viel überliefert und sie überlebte sein ableben auch nicht diese entschlossenheit diese kontinuität seines handelns über all die jahrzehnte hinweg sollte uns ein glühendes beispiel für unseren weg sein karl börder 40 jahre für die anarchie in unserem kampf leben deine taten weiter könnt ihr grain Prime oder also soll schon es es Vielen Dank.